So, nachdem wir eine ganze Menge schon über Datalog gelernt haben, möchte ich es jetzt fast dabei wenden lassen. Da gibt es andere Vorlesungen, die das noch stärker vertiefen. Aber ich möchte Ihnen noch kurz etwas sagen, womit Datalog nämlich auch viel zu tun hat. Und das ist Logik höherer Ordnung. Und Logik höherer Ordnung ist auch an sich ein riesiges Themengebiet in der Logik, was man auch näher betrachten kann. Ich werde es hier nur ganz kurz betrachten, damit Sie eine Vorstellung haben, was das überhaupt sein soll. Und wir werden es auch noch auf Datalog beziehen. Damit haben wir auch gleich einen praktischen Nutzen davon, ein bisschen eine Idee, wie man das verstehen kann. Willkommen zurück also. Mein Name ist Markus Kulsch, Theoretische Informatik und Logik, die Vorlesungsreihe hier im Online-Kurs der TU Dresden. Logik höherer Ordnung. Was hat es damit auf sich? Genau genommen ist Prädikatenlogik, die ich hier vorgestellt habe, Prädikatenlogik erster Stufe. Was meint man mit der ersten Stufe? Naja, die erste Stufe heißt, Quantoren beziehen sich auf Domänen Elemente. Also wir quantifizieren über Elemente. Zum Beispiel kann ich eine Aussage formalisieren der Art, jede natürliche Zahl n hat einen Nachfolger, s von n. Nachfolger-Funktion, hier ist eine Funktion s, so wie eine Skull-M-Funktion, aber vielleicht einfach so als Funktion verwendet. Und die bezieht sich hier auf n. Okay. Das ist also ein Quantor, jede natürliche Zahl. Er bezieht sich auf Domänen Elemente. Er geht über alle Zahlen. Zweite Stufe hingegen ist, dass man Quantoren haben darf, die sich auf Prädikate beziehen. Das kennen Sie auch schon aus der Mathematik. Beispielaussage. Für jede Menge m gilt, enthält m die Zahl 0 und mit jeder natürlichen Zahl n, auch stets deren Nachfolger, s n, so enthält m alle natürlichen Zahlen. Und in der Regel kennen Sie diesen Satz in dem Zusammenhang natürlich, indem m die Menge der natürlichen Zahlen ist, die eine bestimmte wünschenswerte oder interessante Eigenschaft haben. Und diese Aussage garantiert Ihnen dann, dass Sie mit Induktion beweisen dürfen, dass alle natürlichen Zahlen diese Eigenschaft haben, indem Sie es neben schaffen, zu zeigen, dass die Zahl 0 diese Eigenschaft hat und mit jeder Zahl n auch Ihr Nachfolger. Und dann haben Sie es für alle gezeigt, denn dieser Satz gilt. Und das ist eben ein Satz höherer Ordnung, der Logik zweiter Stufe. Also das heißt, wir haben hier Logik zweiter Ordnung, zweiter Stufe. Die Terminologie ist da nicht ganz einheitlich in der Literatur. Im Englischen ist es einfacher, da ist es First Order Logic und Second Order Logic. Also hier Second Order Logic oder auch SO, gerne abgekürzt. First Order ist FO. Ist also Ausdrucksstärker, weil man eben solche Dinge sagen darf. Man darf über Prädikate quantifizieren. Also zum Beispiel kann ich die natürlichen Zahlen damit charakterisieren. Unter anderem mithilfe dieses Axioms, wenn ich so möchte. Sie ist aber auch auf der anderen Seite schwieriger. Durch die zusätzliche Ausdrucksstärke kann ich viel kompliziertere Dinge beschreiben und es gibt kein vollständiges und korrektes Beweisverfahren mehr. Resolution reicht hier nicht mehr. Das kann man jetzt näher untersuchen. Da gibt es auch Vorlesungen dazu in Dresden. Hier Advanced Logic ist, glaube ich, die, die das am intensivsten wohl behandelt. Die können Sie auch hören, vielleicht schon im Bachelor natürlich, wenn Sie mögen, aber auch insbesondere im Master zum Beispiel, wenn Sie bei uns im Track Logical Modeling, in Computational Modeling und Simulation weiter studieren wollen oder auch einfach nur im Informatik Master sich noch ein paar Theorievorlesungen mit suchen wollen. Dann können Sie sich das anschauen. Okay. Das also erstmal als Überblick Logik höherer Ordnung. Wie soll das jetzt, was ich hier gesagt habe, quantifizieren über Prädikate zum Beispiel, wie soll das konkret funktionieren? Fragen Sie sich vielleicht, wie sieht das jetzt überhaupt aus? Solche Formeln, wie muss ich mir das vorstellen? Das ist relativ schnell erklärt. Die Syntax ist genau das Gleiche wie bei Prädikatenlogik. Der einzige Unterschied ist, dass man nach den Quantoren jetzt auch Prädikatenvariablen schreiben darf. Wir unterscheiden jetzt zwischen den Prädikaten Namen, die vorgegeben sind, die wir bisher auch schon hatten in der Logik erster Stufe und Variablenprädikaten oder Prädikatenvariablen, die man eben in Quantoren verwenden darf. Das ist ungefähr genauso wie der Unterschied zwischen Konstanten und Variablen auf der Ebene der Terme in der Prädikatenlogik erster Ordnung. Wenn ich über Prädikate quantifiziere, dann muss ich jeweils, wenn ich so eine Variable verwende, auch festlegen, implizit in der Regel festlegen, welche Stelligkeit so eine Variable haben soll. Also ob das jetzt für ein Einstelliges oder Zweistelliges oder Dreistelliges oder sonst was für ein Prädikat steht. Das muss einheitlich sein, das muss pro Variable festgelegt sein. Hier haben wir ein Beispiel, wie sowas aussehen könnte. Das ist also dieser Satz über die natürlichen Zahlen, im Prinzip das Induktionsaxiom. Das könnte ich jetzt so aufschreiben, dass ich sage, für alle M, für alle Mengen M, wie hier im Satz gilt. Und um die Mengen darzustellen, verwende ich jetzt ein einstelliges Prädikat. Das ergibt hoffentlich Sinn, denn einstellige Prädikate charakterisieren natürlich stets Mengen von Domänelementen, nämlich genau die Menge der Dinge, die sie enthalten. Das ist eine einstellige Relation, also eine Menge. Okay, also für alle Mengen gilt, und jetzt sehen wir hier die Struktur, dass der Formel, die hier folgt, ist also Vorbedingung impliziert Nachbedingung. Also Vorbedingung ist M von 0 gilt, also 0 ist in dieser Menge. Und für alle X gilt, falls M von X gilt, dann auch M von S von X. Also mit jedem X ist auch sein Nachfolger in M. Wenn diese beiden Eigenschaften gelten, dann impliziert das, dass für alle Y gilt M von Y. Wenn man das so liest und an die natürlichen Zahlen denkt, dann denkt man ja vielleicht, wie könnte das überhaupt nicht gelten? Ist das nicht automatisch so? Ist das nicht eine Tautologie? Und da antworte ich Ihnen, natürlich ist das keine Tautologie, denn im Prinzip kodiert der erste Teil Erreichbarkeit von 0 aus. Also wir wissen nur, 0 selbst hat die Eigenschaft und mit jeder Zahl auch ihr Nachfolger. Das heißt, alle Zahlen, die als Nachfolger von 0 aus in endlich vielen Schritten erreichbar sind, haben sicherlich die Eigenschaft. Aber daraus kann man nicht unbedingt schließen, dass alle Elemente die Eigenschaft haben. Das geht nur dann, wenn man weiß, dass es keine anderen Zahlen gibt als jene, die man mit endlich vielen Schritten von 0 aus erreichen kann. Und das ist das, was wir uns gemeinhin unter den natürlichen Zahlen vorstellen, dass sie auf diese Elemente beschränkt sind. Aber in der Prädikatenlogik zum Beispiel könnte ich das nicht fordern. Ich könnte manche Eigenschaften der natürlichen Zahlen zwar in Logik erster Stufe axiomatisieren, beschreiben, aber die Gesamtstruktur, also insbesondere die Tatsache, dass es keine zusätzlichen natürlichen Zahlen gibt, die nicht in dieser Art und Weise von 0 aus erreichbar sind, die kann ich nicht fordern. Das geht nur mit Logik höherer Ordnung. Die Semantik, möchte ich noch kürzer abhandeln, ist am Ende wie erwartet. Also ich interpretiere mithilfe von Interpretationen und die sind genauso definiert wie in der Logik erster Stufe. Die Interpretation, entschuldigen Sie diesen Tippfehler, ja, also es ist wie in erster Stufe ohne N und Prädation natürlich. Eine beliebte, unter Studenten sehr beliebte Schreibung sollte hier eigentlich nicht so vorkommen. Also die Interpretation von Prädikatenvariablen mit Zuweisungen wird mit Zuweisungen gelöst, genauso wie bei Objektvariablen in der ersten Stufe. Das heißt also, wir haben auch wieder Variablenzuweisungen, nur dass diese Zuweisungen jetzt auch für die Prädikatenvariablen passende Relationen zuweisen müssen. Und alles andere bleibt genauso, wie Sie es kennen mit den Burschen Operatoren und so weiter. Hier ist auch noch eine sinnvolle Intuition, hoffentlich sinnvolle Intuition angegeben. Außerdem, die zweite Stufe der Prädikatenlogik verhält sich zur ersten ungefähr so wie QBF zur Aussagenlogik. Also man könnte sich vorstellen, in QBF habe ich ja Quantoren über letztlich Atomen, was in dem Fall die Prädikatensymbole sind oder was ich als nullstellige Prädikatensymbole auffassen kann. Das waren die quantifizierten Burschenformeln, ja, Sie erinnern sich. Und in der Aussagenlogik dagegen hatte ich so etwas nicht, da gab es Quantoren gar nicht, hat ja auch keine Variablen. Das heißt hier, das QBF ist eher eine Aussagenlogik höherer zweiter Stufe als Prädikatenlogik, wenn man es so sehen möchte. Gut, das also zur Definition und viel formaler als das möchte ich auch nicht werden. Logisches Schließen, hatte ich schon erwähnt, ist schwer. Es ist offenbar mindestens genauso schwer wie in der Logik erster Stufe, aber tatsächlich ist es noch deutlich schwerer. Es gibt hier den Fakt, den ich nicht weiter belegen will, der sagt, logisches Schließen in Logik höherer Ordnung ist nicht semi-entscheidbar. Und insbesondere gibt es kein korrektes und vollständiges Ableitungsverfahren für diese Logik. Also Resolution kann man hier auch anwenden, das ist auch nicht falsch in einem gewissen Maße, aber man wird damit nicht alle wahren Konsequenzen endlich ableiten können. Nicht alles, was stimmt, ist mit Resolution in der Logik zweiter Stufe beweisbar. Und es stellt sich heraus, es gibt allgemein für manche Dinge, die dort wahr sind, keine Beweise. Darüber wird noch zu reden sein, ein bisschen mehr im Detail, wenn wir über Gödel sprechen. Aber für heute reicht uns dieser Fakt, der uns letztlich sagt, logisches Schließen ist schwer. Was hat das Ganze jetzt mit Datalog zu tun? Und da möchte ich Ihnen das im Wesentlichen am Beispiel erklären. Die Idee, die wir bisher mit Datalog verbunden haben, vielleicht als kleine Vorgeschichte, war ja so, dass wir Datalog-Programme auswählen werden, in dem Sinne, dass wir ihre logischen Konsequenzen im Sinne der Logik erster Stufe berechnen. Das heißt also, ich habe Ihnen Datalog vorgestellt als Fragment der Logik erster Stufe mit ganz besonderen, einfachen Formeln und hatte gesagt, wir wollen jetzt die logischen Konsequenzen dieser prädikatenlogischen Theorien berechnen und hatte gesagt, ja, das geht mit dem TP-Operator erfreulicherweise und kann wirklich entschieden werden. Und damit war die Sache gelöst. Wenn man jetzt aber überlegt, wie funktioniert eigentlich das Schließen in der Prädikatenlogik? Das funktioniert ja so, dass wir sagen, für alle Interpretationen muss gelten, ein bestimmter Fakt folgt in Ihnen. Wenn die, oder anders gesagt, wenn die Interpretation die gegebene Theorie wahrmacht, dann wird sie auch die logische Konsequenz, die wir untersuchen, wahrmachen. Das ist das Merkmal von logischen Konsequenzen. Das sind die Dinge, die in allen Interpretationen gelten. Aber was ist denn jetzt eigentlich eine Interpretation? Eine Interpretation ist letztlich natürlich nichts weiter als eine Zuweisung von Relationen zu den Prädikaten. Also eine Interpretation interpretiert vor allem die Prädikate. Da wir ja in Datalog Erprend Interpretationen verwenden können, interessieren uns die Therme relativ wenig. Es geht vor allem um die Frage, was steckt in den Relationen drin. Das heißt, wenn ich sage, für alle Interpretationen, dann könnte ich auch genauso gut sagen, für alle Arten die Prädikate zu interpretieren. Und wenn man da schon ist, dann muss man nur noch einen kleinen Schritt gehen, um zur Logik zweiter Stufe zu kommen und einfach als Formel aufzuschreiben. Wenn für alle möglichen Belegungen dieser Prädikate das gilt, dann gilt auch das andere. Also ich kann einfach logische Konsequenz in Logik erster Stufe, kann ich darstellen als Formel der Logik zweiter Stufe. Indem ich einfach sage, ich behaupte einfach, dass eine bestimmte Aussage für alle Belegungen der Prädikate gilt. Und damit habe ich insgesamt behauptet, dass sie in allen Modellen gilt und habe als logische Konsequenz festgestellt. Auch das analog zu dem, was wir aus der Aussagenlogik kennen, um mal noch diese Brücke zu schlagen. Ich hatte ja gesagt, QBF und Aussagenlogik sind ein bisschen wie zweite Stufe zu erster Stufe. Und das stimmt tatsächlich. Wenn ich in der Aussagenlogik eine logische Konsequenz belegen möchte, dann muss ich alle Wahrheitswertebelegungen der Formel betrachten und feststellen, dass in allen diesen Belegungen etwas Bestimmtes gilt. Dagegen mit Hilfe von QBF kann ich in dieser Syntax, die ich dort zur Verfügung habe, einfach aufschreiben. Dass für alle Belegungen der Propositionen mit Wahrheitswerten ein bestimmter Fakt folgt. Also auch da kann ich sozusagen das logische Schließen internalisieren, kann also eine Formel aufschreiben, die genau dann wahr ist, wenn ein Fakt klassisch aus der Aussagenlogischen Formel, die dort steht, logisch folgt. Und das hatten wir auch schon diskutiert im Zusammenhang mit QBF, dass man also Erfüllbarkeit, Tautologie und logisches Schließen, all diese Dinge, schwierige Probleme der Aussagenlogik, alle mit unterschiedlichen QBF-Formeln ausdrücken kann. Und dann darf die Art auf das True QBF-Problem reduziert. So ähnlich geht es hier auch. Ich kann Prädikatenlogisches schließen im Prinzip auf das True Second Order Logic Formula, wenn man so will, Problem reduzieren. Also die Frage, ob ein gegebener Satz der Logik zweiter Ordnung wahr ist, ist schon stark genug, um die Frage zu fassen, ob eine bestimmte prädikatenlogische Theorie eine bestimmte prädikatenlogische Konsequenz hat. Okay, gut. Also ich hoffe, Sie sehen so alles ein bisschen im Kontext. Dafür soll diese Vorlesung ja auch ein bisschen den Grundstein legen, dass Sie sehen, wie alles zusammenhängt. Ja, alles hängt irgendwie zusammen und man kann schon viele Querbeziehungen hier erkennen. Okay, Logik, Hörer, Ordnung und Datalog. Jetzt zeige ich Ihnen mal die Folie, nachdem ich das erklärt habe. Im Prinzip, was ich jetzt erzählt habe, ist mit viel mehr Details das, was hier als Idee steht. Und jetzt möchte ich Ihnen das Beispiel hier darlegen. Wir nehmen ein ganz einfaches Datalog-Programm, was ich schon vor einiger Zeit Ihnen gezeigt habe. Es ist das Programm, was die Erreichbarkeit im Nahverkehr charakterisiert. Und wir sagen, Helmholtzstraße ist erreichbar und wenn etwas erreichbar ist und es gibt eine Verbindung zu etwas anderem, dann ist auch dieses andere wieder erreichbar. Also es geht um Erreichbarkeit von Helmholtzstraße. Das wäre ein Datalog-Programm und das kann ich jetzt in der Logik zweiter Stufe darstellen, indem ich schreibe, für alle Belegungen von erreichbar gilt, erreichbar ist jetzt eine Variable, ein einstelliges Prädikat, was als Variable benutzt wird. Wenn Helmholtzstraße erreichbar ist und wenn für alle x, y, z gilt, das sind jetzt hier Variablen erster Stufe, genau wie bei meinen natürlichen Zahlen vorher, wenn für alle x, y, z gilt, falls x erreichbar ist, erreichbar ist diese Variable zweiter Stufe und es eine Verbindung von x nach y gibt, dann ist auch y in dieser Variable zweiter Stufe. Also wenn diese beiden Vorbedingungen gelten, dann soll v erreichbar sein. Und v, was ist v? Das ist eine freie Variable. Das ist also eine Variable, die in der Formel hier nicht vorkommt, die nicht quantifiziert ist, sondern die frei bleibt. Und ich kann jetzt also fragen, für welche Belegungen von v würde diese Formel denn wahr? Und das ist genau die gleiche Frage, die ich gestellt habe, im Zusammenhang mit der Prädikatenlogik erster Stufe, als wir sie als Datenbank-Anfragesprache betrachtet haben. Wir hatten Formeln mit freien Variablen, das waren die Anfragevariablen und alle die Ergebnisse der Anfrage waren dann genau die Belegungen dieser Variablen mit Werten, für die die Formel wahr wird. Und wenn ich das hier mache, würde also die Formel wahr für alle Werte von v, die erreichbar sind. Das heißt also, diese Formel beschreibt mir letztlich eine Anfrage, die mir alle von Helmholtzstraße aus erreichbaren Haltestellen zurückliefert. Und das in dem gleichen Sinne tut, wie wir das zunächst mit Logik erster Stufe getan haben. Also wir sind jetzt wieder zurück in der gleichen Sicht, nur dass wir jetzt ein Alquantor über den Prädikat brauchen, um das auszudrücken. Okay. Somit also Logik zweiter Stufe auch eine interessante Anfragesprache für Datenbanken. Und damit sind wir jetzt auch, wie Sie sicherlich bemerkt haben, zurück zum Model-Checking. Also ich hatte am Anfang mal gefragt, Model-Checking, ist das wirklich das, was Datalog macht? Und hatte gesagt, na eigentlich nicht, wir prüfen ja nicht, ob die Erreichbarkeitsrelation in der Datenbank so gespeichert ist, sondern wir wollen sie eigentlich neu berechnen. Aber jetzt, mit Logik zweiter Stufe, sind wir wieder beim Model-Checking angekommen. Eben nur Model-Checking zweiter Stufe. Also, dass die Beantwortung von Anfragen in Datalog entspricht einem Auswertungsproblem, Model-Checking, für spezielle Formeln zweiter Ordnung über endlichen Modellen. Ich kann das also wirklich so wieder auffassen, dass ich die Datenbank nicht mehr als Menge von Fakten anschaue, über denen ich Ableitungen bilde, sondern ich schaue mir die Datenbank wieder als endliche Interpretation an und ich frage dann, für welche Variablenbelegungen wird diese Formel zweiter Stufe wahr über diese endlichen Interpretation. Reines Model-Checking. Nur, dass Model-Checking für Logik zweiter Stufe auch im Allgemeinen kein einfaches Problem ist. Für die Datalog-Form allerdings schon. Da haben wir ja den Algorithmus gesehen und der funktioniert auch genauso. Wenn Sie es als Model-Checking-Problem sehen, es ist nur eine andere Perspektive auf die gleiche Frage stellen. Okay. In der Regel bevorzugt man diese Sicht gegenüber der Betrachtung als ein logisches Schlussproblem der Logik erster Stufe, so wie ich es am Anfang erst dargestellt hatte. Weil in dieser Sicht mit der Logik zweiter Stufe und diesen Allquantoren über eben zum Beispiel erreichbar, kann man die abgeleiteten Prädikate als lokale Variablen des Programms verstehen. Das heißt, in gewisser Weise, dadurch, dass ich quantifiziere hier, also Sie sehen es hier nochmal, über erreichbar, ist erreichbar so etwas wie eine lokale Variable, die nicht in der Interpretation, nicht in der Datenbank vorkommt, sondern die nur Teil der rekursiven Berechnung hier ist. und nur im Inneren dieser Berechnung eine Rolle spielt und eine Bedeutung hat. Und das ist natürlich irgendwie die korrektere und intuitivere Sicht, die eher dem entspricht, was man implementiert und auch eher dem entspricht, was man eigentlich meint. Okay. Gut. Und so kann man übrigens auch, ich hatte den Bezug von Datalog zu kontextfreien Grammatiken ja schon mal erwähnt, kann man auch kontextfreie Grammatiken sehen. Die Nicht-Terminale sind im Prinzip lokale Variablen. Das sind also Hilfssymbole, die nicht entscheidend sind dafür, welche Sprache am Ende herauskommt aus der Grammatik, sondern die man nur als Zwischenschritt braucht, als Zwischenergebnis, indem man etwas abspeichert. Genauso ist es bei Datalog mit den Prädikaten, die man dort ableitet. Okay. Gut. Also Sie sehen viele mögliche Sichten auf diese Probleme und eine ganze Welt von Perspektiven, die es da gibt in der formalen Logik, die auch in der mathematischen Untersuchung der Logik ausgenutzt werden, weiterverfolgt werden in vielen Dingen, in vielen Richtungen und wo man sich auch vertiefen kann, die aber auch praktisch nützlich sein können, wenn man die Sicht mal einfach so wechseln kann und das Problem einfach anders auffasst. Das führt manchmal zu Lösungen, die man ansonsten vielleicht nicht gesehen hätte. Okay. Damit bin ich am Ende der meisten Teile schon der Vorlesung, würde ich sagen. Fast aller prüfungskritischen Teile der Vorlesung könnte man vielleicht auch sagen. Wir haben also eine Menge Grundlagen der Logik gelegt zumindest. Es gibt noch vieles andere zum Thema auch Prädikatenlogik zu sagen. Es gibt zum Beispiel noch viele andere Beweisverfahren, die man besprechen könnte. Selbst über Resolutionen könnte man lange Vorlesungen halten, weil es da viele mögliche Optimierungen gibt. Es gibt auch sehr, sehr viele logische Fragmente von Prädikatenlogik. Nicht nur Datalog kann man als solches sehen, sondern auch ganz viele andere Fragmente von Prädikatenlogik kann man sich definieren, mit dem Ziel eben, bessere Berechnungseigenschaften zu kriegen, weil Prädikatenlogik an sich schon relativ schwer ist. Man kann sogar Prädikatenlogik zweiter Stufe untersuchen und da berechenbare Fragmente drin entdecken. Und auch die kann man manchmal ausnutzen. Also da könnte man noch viele, viele Vorlesungen machen. Und die gibt es auch zu hören, wenn Sie sich da vertiefen wollen. Wie gesagt, da haben wir ein breites Angebot. Ich möchte an der Stelle mit diesen Grundlagen der Logik im Wesentlichen abschließen für diese Lehrveranstaltung. Wir werden im nächsten noch einmal versuchen, all das Berechnung, Logik, Komplexität nicht so, eher Berechnung und Logik, zusammenzubringen und das Ganze in Bezug zu setzen mit dem, was uns Kurt Gödel vermacht hat, als einer der großen bahnbrechenden Erkenntnisse der Mathematik und Logik und vielleicht auch Philosophie im 20. Jahrhundert. Und ansonsten bereiten wir uns dann auch so langsam mal auf die Prüfung vor. Da gibt es auch noch eine Konsultation, wo wir noch mal sprechen können. Und dann sind Sie hoffentlich fit für die Klausur. Gut, das reicht für heute. Bis zum nächsten Mal mit Kurt Gödel dann. Bis dahin. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.